Hallo zusammen, heute ein Video von einem meiner Lieblingsplätze. Es geht um das Thema Loben. Anders ist der Beitrag in der Wirtschaftswoche, wo es darum geht, ob Führungskräfte so Daumenhoch-Smileys oder Dankes-E-Mails oder gut gemacht Badges versenden sollten, um die Mitarbeiter zu loben. Und der Tenor ist der gleiche wie in all den Beiträgen, die ich in den letzten Jahren gelesen habe und über die ich mich jedes Mal wieder neu aufrege, ehrlich gesagt, weil die Tipps sind auch die stets gleichen. Lob sollte behutsam eingesetzt werden. Man soll aufpassen, dass man die Leute nicht von oben herab behandelt, was aber völlig klar ist. Also Lob ist immer von oben herab. Man sollte möglichst rasch nach einem Ereignis loben, so wie bei Hunden und Tauben und Mäusen, die eben eine positive Rückmeldung nur verstehen, wenn sie möglichst schnell erfolgt. Und ich halte das alles für totalen Blödsinn. Schreckt eigentlich Menschen nur ab, weil sie jedes Mal, wenn sie etwas Positives sagen sollen, erst mal überlegen, oh, was darf ich denn machen? Was ist vielleicht schädlich? Wie soll denn dann ehrliche Anerkennung und Wertschätzung rüberkennen? Denn das ist immer der Standardtipp. Wertschätzung muss authentisch sein. Und Wertschätzung ist meiner Meinung nach nur dann authentisch, wenn ich in dem Moment, wo ich mich über irgendwas freue, wo ich stolz auf was bin, wo ich etwas bemerkenswert finde, das auch genau in dem Moment äußere. Und warum muss ich da vorsichtig sein? Und wenn es mir nicht sofort einfällt, sondern eben erst Tage später, was hält mich davon ab, denjenigen nochmal aufzusuchen oder eben eine Mail zu schreiben oder was auch immer und ihn mitzuteilen. Hör mal, habe ich gar nicht mehr daran gedacht, aber das fand ich super, habe ich mich total gefreut, hat mir Spaß gemacht. So einfach kann das sein. Wer mehr dazu lesen möchte, meinen Beitrag war auf MW Online, der lautet Gut gemacht, Badges. Ich verlinke auf ihn im Text zu diesem Video. Machen Sie es gut, bis dann.